Bis dieses Stehen, Bleiben und Schießen endlich wieder funktioniert. Ja, ist der Rechtsstaat schon tot? Hallo! Was ist das denn jetzt für ein Dreck gewesen? Ich stand ja wohl komplett vor dem. Behandeln. Ich meine, der Typ stand direkt vor mir. Ich habe ihm voll ins Gesicht gestoßen. Es ist nichts passiert einfach mal. Ja, AK wechseln. Habe ich ja nicht gesagt, wir sollen es durchladen? Warum müssen wir nicht durchgeladen? Können die Gegner sich mal entscheiden, wo sie spawnen? Und nicht einfach willkürlich irgendwo spawnen. Sodass es unmöglich ist, irgendwas damit zu machen. Einfach weiterlaufen. Hallo, ich bin doch nicht tot. Und wieso läufst du da rum? Moment, das war ein eigenes... Ach, was weiß ich, was das war. Interessiert wir auch. Scheiß. Das ist ein Dreck schon hier. Fast schon, sie die Interactive Niveau hier. Schnauze weg mit dir. Wieso steht sie weit vorne? Wieso hast du die AK nicht, die ich dir gegeben habe? Das heißt, sie kommen durch. Hier ist doch niemand mehr. Ach, oder auch nicht. Was weiß ich, vielleicht auch noch irgendwo eine Turm und gibt mir ein Headshot. Dieses beschissene Sound-Ding, das nur dazu da ist, dass man einmal komplett drum rumlaufen muss. Auch ja, jeden Gegner spawnen mitnehmen muss. Kann man natürlich auch nicht irgendwie öffnen oder sowas. Nee, weil... Warum auch? Das gegen Zäune kann man einfach nichts machen, hallo? Das geht einfach nicht. Ich meine... Ich habe schon mal versucht, einen Zaun zu überwinden. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Sollte man eine Art Werkzeug dafür erfinden, dass wenn man einen Zaun zum Beispiel öffnen möchte, man einfach dieses Werkzeug benutzt und dann praktisch ein Loch in diesem Zaun bekommt. Wenn es sowas gäbe, das wäre revolutionär, muss ich sagen. Das wäre ja Millionen wert. Aber das ist technisch leider unmöglich. Also, der hat gar keinen. Gehört benutzen. So, du hast noch acht Stück. Du hast noch sieben Stück und wechselst mal auf das Scharfschützengewehr. Er hat fünf, er hat eins. Okay. Du nimmst mal das leere Maschinengewehr noch mit. So, benutzen. Würdest du bitte mal den Knopf drücken? Danke. Mitkommen. Das würde ich ja, aber ihr seid dumm wie Brot und von daher geht das leider nicht. Läuft jetzt raus. Gut. Ich muss doch nur noch die Typen mit diesem Gang da unten reinbringen und dann müsste ich nur noch ganz zum Anfang hinlaufen und die Typen da erschießen. Aber, da die Leute unendlich scheiße machen und nicht irgendwie sinnvoll, ist das scheiße. Vor allem, wo spawnen die? Die spawnen einfach. Das ist... Taktik am Arsch. Das ist kein Taktik-Spiel mehr, wenn Gegner aus dem Nichts spawnen und irgendwas killen. Das ist... Taktik ist mehr so Sudden Strike, wenn sie halt irgendwie Nachschub bekommen. Ja, aber das ist dann meistens auch nur begrenzt und nicht einfach unendlich viele Truppen oder hinter deinen Truppen, die du beschützen musst, spawnen und jetzt plötzlich... Leute! Willst du mich verarschen? Jetzt laufen die mir natürlich alle nicht mehr hinterher, weil... Warte mal. Ja, komm, das ist jetzt kein Schwein mehr. Mit dem Dreck. Tür auf. Tür auf. Tür auf. Danke. So, mitkommen. Kann ich nicht. Das ist so dämlich. Was retten wir überhaupt? Die sind eh geistig behindert, habe ich das Gefühl. Kommen die her, bitteschön. Jetzt wollten wir irgendwie zwei oder so befreit, habe ich spawnen die scheinbar. Warum auch immer. Ist halt einfach so. Tür öffnen, Tür öffnen, ich will die Tür öffnen. Öffne diese scheiß Tür. Ist ja lang, geht mir auch so auf den Sack. Wahnsinn. Das nervige Tröten da die ganze Zeit. So, wo bleiben meine Männer wieder? Die lassen sich wieder ordentlich Zeit. kommt da wer danke es muss noch erfolgreich so das brauchen die jetzt hier nicht weil sie ja wenn ich komme einfach leute die rücken schießen oder kann ich einfach weg laufen kann doch einfach weg ich muss jetzt ganz vorne hin und überholen muss überholen dass ich mal durch hier ich muss vor euch da sein sonst macht ihr wieder mist schnell 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 noch sehe ich da kein jeder kein bin ich ja falsch oder was ihr seid doch da hingelaufen oder ja da langsam gelaufen alle töten ach komm schon fick dich beim nächsten mal weiter das ist doch dreck so boah ich will ins hauptmenü was lädst du da so lang wann ist überhaupt der einer der ist bei diesem scheiß drecks punkt noch naja wo irgendwie zwei millionen fach da spawnen das heißt da müsste jetzt komplett durchlaufen das ist sowieso ewig lang super die spawnen da einfach und werfen granaten und alles ist doch zum kotzen komm ein wenig schneller der hält immer so lang egal wo du hin willst ja schnauze vormarsch weil ich laufe aufzuschießen großartig ich höre die aufzuschießen fertig ich habe genug funktion ich sehe zwar nicht wo die herkommen ich sehe ja nicht mal die kugeln das ist irgendwie ein kurzer strahl und dann wenn ich dann gerade geworfen ich glaube schon jetzt schießt halt den typen weg hallo wieso treffe ich den nicht er trifft mich wunderbar ich ihn überhaupt nicht ja behandeln handeln jetzt habe ich irgendwie die leute wieder doppelt behandelt weil was hier ist niemand mehr sage ich jetzt einfach komm her ja komm keine ahnung pc gekommen sind die pistole habe ich glaube beschlossen wo muss ich jetzt lang da bin ich hergekommen der stelle mit der panzerfaust rum gut die kämpfer wieder alleine offensichtlich er schießt wunderbar gegen die wand und ich soll es doch nicht gegen die wand schießen du sollst die gegner tot schießen vollidiot rot ja behandeln ach komm schon wieso behandelst du den anderen typen wieder nicht der wer weiß wo steht nein das ist auch der fall wo liegst denn du ich verbrate meine ganzen medipacks weil ich die falschen ständig behandelt ja wunderbar wie er das magazin gelehrt hat großartig so stelle ich mir das vor so rechts ging es glaube ich zu dieser holztür ist die frei ja sie ist jetzt voll lassen wir jetzt einfach mal zu so kommen jetzt mal alle her danke so ein panzer ist weg das ist mir jetzt für scheiße ist noch ein master das waren glaube ich jetzt alle oder aber zumindest in dem turm was soll ich denn seine waffe mal wechseln schon so was noch kein alarm ausgelöst oder höre ich nicht das ist auch gegen die die panzer muss ich auch loswerden ja lau laufen wir ins gewehr rein hast schon recht so das muss ich noch rein die ganzen truppen killen zwei von den gefangenen befreien dann speichern wird bestimmt funktionieren ohne sich vorher komplett fertig folgt ihm bewegt es alle schön wir erst mal die emission alle leeren das ist der wahnsinn ich bin hier beschäftigt stört mich nicht du penner ziel abgeschlossen ja ich schließe meine faust dein gesicht ab und jetzt alle doch hier war noch vorhin noch nicht so viel da was was ja nix schneller schieß noch wirklich schieß doch ich komme denn da wo durch ja ist natürlich den typ der ich jetzt da unten brauche sind wir abgeschossen worden da hier ist noch so massiv ach ich habe den eben erst geheilt das scheiße nochmal jetzt lad nach ist doch nicht wahr wer ist jetzt gleich schon wieder tot wieso kommen die jetzt so zahlreich ich habe doch vorhin auch nicht gemacht und gleich die akade macht er leider nicht damit ja das sind die typen in der baracke jetzt schon aktiv vor allem waren sie das nicht ach wahrscheinlich geladen haben und irgendwie ein trigger oder sowas kaputt gemacht habe da ist drauf ich habe noch genug ach wirklich er hat keine mehr wo denn da nein schieß sie doch schneller tot alter das gibt's doch nicht wieso sind die auf einmal so wieso zur hölle nimmst du nicht die verfickte akade ich dir gegeben habe wozu auch behandeln behandeln nur ich wechsle lieber auf die pistole weil die akade scheiße ach ach leck mich drecksspiel leck mich ey das bauen überraschenderweise doch nicht unendlich viele muss ein bug sein okay sonst waren die auch sonst sind die auch nie rausgelaufen was das spiel völlig kaputt gemacht oder wie egal wir müssen noch dieses kack dreckshaus da hochlaufen ich möchte nur ein bisschen schreien so mein sniper hat seine pistole nicht gelebt ja lauf rein hast schon recht das ist aber seine pistole natürlich nicht gelevelt weil er einfach sinnlos seine pistole in die wand geschossen hat weil warum der nicht man hat sie wo ist der typ mit dem warum kommt der jetzt nicht ach der gerade eben moment lang dachte ich da ist eine Schoflin in der Hand wer hatte noch Medipacks und du stehst noch wo stehst du du stehst noch unten gut dass die immer gut alle mitkommen hallo behandeln danke ach das ist einfach nicht wahr das ist einfach nicht wahr jetzt komm wer kommt da durch jetzt kann er mehr kann er mehr zu sein so verhandeln aufstehen aufstehen gut erst mal gehst du da rein dann nimmst du ja es hat Medikids und Munition gut du hast noch welche er hat auch keine mehr rein gut Knopf versuchen zu drücken das heißt suchen den Knopf zu drücken drück den Knopf schauen ob der wirklich losläuft Fensterscheibe kaputt schießen ob wieder Frischluft rein kommt zurücklaufen saure Gurken mitnehmen dann sind wir zurücklaufen hoffen dass nicht nochmals irgendwas gespawnt ist was vorhin nicht da war Laufen Laufen im Lkw fahren nee das wäre ja absurd das würde ja schneller gehen wenn man den Lkw nehmen würde warum sollte man das tun also bitte ich meine hallo da stecken bestimmt auch nicht die Schlüssel und kurz schließen nee ich meine das ist eine Spezialeinheit da nennt man sowas nicht wie man irgendwelche Trucks kurz schließt bestimmt nicht wozu sollte man das brauchen im Krieg feindliche Lkw kurz schließen das braucht man bestimmt nicht im Krieg nee das ist ja absurder Gedanke das habe ich schon erschossen suchen die Knopf zu drücken dann versuch bleibt 5 4 6 4 Versuchen zu mir zu mir zu mir zu mir zu mir zu mir Nein, ich bin nur hier, um euch zu exekutieren. Nein, lass den doch noch nicht rauslaufen. Wo sind die anderen beiden? Fix! Ach, leck mich, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Es ist doch nicht wahr, oder? Wer hat diese beschissene Drecksmission designt? Funktioniert vorne und hinten nicht, komm! Das ist umnächst, weil, ey, so ein Dreck, ein Dummer. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr.